Ja hier ist wieder euer Papagei. Heute mit einem neuen Video und heute mal von Minecraft wieder mal und ich wollte euch mal zeigen, wie weit ich hier bin. Hier am Hauptbahnhof Ulm, wie ihr seht. Da bin ich schon sehr weit. Hier sind dann auch diese Bahngleise und sowas. Hier ist der Bahnhof, der steht auch schon. Hier kommt ein neues Gewerbehaus hin. Ist auch schon bereitgestellt. Dann ein Tunnel drunter. Hier sieht man den Ulm Hauptbahnhof nochmal. Die Straßeshaltestelle und sowas. Also schon ziemlich weit hier. Da geht es auch ein Tunnel drunter. Kann mir auch mal kurz zeigen. Ja, das ist im Moment das neue Projekt. Also die zweite Großstadt. Die ist hier mit einem ICE Strecke. Schon verbunden. Noch nicht mit einer Straße. Das kommt auch noch. Und da werde ich euch den nächsten Video mit noch zeigen. Jetzt fliegen wir mal hier durch den Tunnel durch. Natürlich, weil hier Wasser ist. Das gehen wir mal hier drunter. Das wird alles noch hier zugebaut. Dann wird hier noch mit Wasser versehen. Da wir ja hier den Anschluss an diesen Fluss haben wollen. Das wird dann der Kanal. Mal gucken. Und wird dann irgendwann in die Donau fließen. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Das war aber ein kurzer Einblick. Wir können ja nochmal kurz in den Bahnhof rein. Da oben sollte eine Uhr darstellen. Das weiß ich jetzt auch noch nicht, wie ich das genau mache. Gehen wir in den Bahnhof rein. Er baut natürlich am 24. 2018. Hier ist noch ein bisschen dunkel. Wo hier so Kuh drin. Egal. Und ja. So sieht es natürlich aus. Und wir machen mal diese Kuh raus. Wenn das möglich ist. Wenn die mal raus geht. Ansonsten gibt es noch eine Möglichkeit. Schlagen, dann geht die raus. Dann ist die Kuh draußen. So. Ja. So sieht das aus. VGU heißt natürlich Verkehrsgleicher für Ulm hier. Das ist natürlich klar. Und dann werden wir uns bis zum nächsten Mal sehen. Ich werde es hier von vorne zeigen. So sieht das natürlich aus der Hauptbahnhof. Bis zum nächsten Mal. Euer Papagei.